Es ist nicht lange her, da wütete das Sturmtief, Orkantief Ophelia über Irland und Großbritannien. Ein Ex-Hurrikan, hier sind die Bilder. Und jetzt ist es schon wieder ähnlich, da haben wir den nächsten Giftswerk, der auf Irland zurollt und schon wieder Orkan bringt. Das ist kein Ex-Hurrikan, aber schlimm ist er auch. Und genau dieser Gegensatz bestimmt unser Wetter, dieses kräftige Orkantief hier über dem Atlantik und dieses kräftige Hoch hier hinter mir, versteckt über Osteuropa. Und das bringt uns im weiten Bogen noch dieses wunderbare Wetter im Herbst. Wunderbar ist es nicht unbedingt an der See, da ist es ein bisschen neblig gewesen hier auf Wangerhuge. Aber dieser traumhafte Blick über den Bodensee, das Mitte Oktober, so soll das eigentlich sein. Nebel ist das Thema, das haben wir in der Nacht dann hier so von der Donau entlang, hier Richtung untere Donau und vor allem rüber Richtung Tschechien, sonst wenig. Und das Wetter dazu wird dann am Freitag oft sonnig sein, im Osten und Südosten außerhalb des Nebels sogar sehr schön. Von Westen drängen Wolken rein und da kommen schon mal ein paar Schauer, vor allem im Nordwesten. Und da wird es dann auch im Tagesverlauf eher Richtung Norden mit den Schauern etwas nass, während es im Süden auf jeden Fall trocken und teils sehr schön bleibt. Die Temperaturen bis 21 Grad im Südwesten. Und was den Sturm angeht, da haben wir ihn aber ganz weit draußen Richtung Großbritannien und Irland und das wird ganz schnell weniger. Bei uns ist dann kaum noch was los, da ziehen Wolken am Samstag durch und die haben dann natürlich auch Regen dabei, aber schauen wir erstmal auf die Sturmkarte. Bisschen näher kommt das, aber es bleibt uns erspart. Der Regen nicht, der zieht im Laufe des Tages über uns hinweg. Und so haben wir dann Regenschauer, die Temperaturen nochmal bis 22 Grad im Süden. Am Sonntag hängt das Ganze an den Alpen, sonst wird es aber schon wieder besser, jedoch deutlich kühler.